Mach 19,975 Was es damit auf sich habe, wohl eben Schimpf, 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 vernünftigerweise, denn ich bin und bleibe auf einer Reise, habe dabei schon natürlich auch einiges hinter mich gebracht, denn als Beispiel nur mal eben ein Unfall, der gar keiner war. Und ja, so ist das mit Genius Heart to the Frog, ja Sebastian, gut, ja. Und ja, Mach 19,975 hatte ich dabei erreicht, mit dem Handkantenschlag bekannt ist, auch als Nachtschattenschlag. Und ja, so hatte ich das dann mal auch wieder und ich improvisiere gerade einfach nur mal wieder. Aus der Geschichte hier gerade heraus, einfach nur, weil meine Zunge wurde mit 8 kmh gestoppt wohl, glaube ich zumindest, als ich das noch kindisch fand, ist das bestimmt hier gerade einfach nur so Findlinger. Und weiß gerade einfach nur mein Meister, Meister, aber um und an, natürlich auch schon wieder dort, wo ich vielleicht war, und es also vielleicht am 10 irgendwann erreicht hat, aber so ist das mit Genius Heart to the Frog wieder einmal. Und ja, Mach 10 könnte ich's locker nehmen, aber Mach 9 ist eben schon nicht mehr zu, mein Freund, gedacht wohl schon. Der O-Ton, das ist diesbezüglich auch, ich möchte denn in der Dimension bleiben und nicht irgendwie mit Mach 19,975 wieder leiden. Und zwar, an Ängsten darum darf ich überhaupt noch in dieser Dimension verweilen? Stumpf. Grüezi, Genia Sarka von Germany. Und ja, so geht das immer wieder gern hier ab, aber um und dann frage ich mich, wer fährt, wer mein Geist schon wieder? Ich meine, ich bin ein Ninja. Grandmaster, ja, aber auch nur der auf Comics. Und ja, Lehrkräfte dürfte schon wissen, aber sonst nicht viele. Und ja, deshalb frage ich mich, was wollt ihr von diesem Ziel hier? Natürlich auch schon wieder, was wir jetzt gerade erfahren haben, wie die Macht eines Ninjas kamen und so weiter. Oh, weil ja, da verlange ich doch noch mehr Zeitreiseinformationen von euch für. Und frage mich natürlich auch schon wieder, was wollt ihr? Überhaupt jetzt gerade, was wollt ihr? Und da weißt schon, wer am Abend wahrscheinlich einfach nur den Schaden, den wahrnimmt. Und natürlich auch schon wieder eh klargehend und zwar B, dass ich hier natürlich auch mit zu vielen Rebel Outlaws kämpfe, bündempfe. Aber momentan natürlich auch schon wieder, was jetzt gerade Sende, Sende, Mann, würd's nicht, hab kein Erbarmen, sondern schlachte die ganzen Arschlöcher. Gerade dem, die mich hier schon, glaube ich, gar nicht wissen wollen. Oh nein, was dann liegt denn da schon wieder voll drin? Wahrscheinlich etwa noch alles, was so unbeholfen war, dem wie ein Nachtschattenschlag. Und ja, das war ein Handkantenschlag mit Macht 19,975. Heutzutage betreibe ich uns Ansage und mache 0, irgendwas. Eindeutig zumindest gerade. Greetings, you're soccer from Germany halt. Hot, 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 hot.